Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu BattleEye 2, die siebte Mission, die Panzerschlacht. Und nein, ich werde es jetzt nicht nochmal neu anfangen, sondern ich wollte nur gerade euch nochmal willkommen heißen hier zu der Panzerschlacht, die jetzt weitergeht. Also viel Spaß und viel Vergnügen. Und wir nehmen ihn erstmal wieder zurück. Satellitenverbindung. Die Rebellen von Skom grüßen Sie, Stratege. Meine Aufklärer berichten, dass die 13. Flotte Titanen jetzt Kurs auf die Insel Ho Long genommen hat. Okay. Sollte die 13. Flotte Ho Long früher erreichen als Sie, würden Sie fast alle bisher befreiten Gebiete verlieren. Okay. Das heißt, ich muss mich auch noch beeilen. So, dann hast du hier ein... Ein Elite-Buggy. Och, nee. Aber der kann nur im Nahkampf angreifen, weil er nichts hat, woraus reinstellen kann. So. Ach, das ist natürlich jetzt doof, weißt du. Jetzt muss ich meinen eigenen Elite-Buggy vernichten. So. 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 Er hat schon wieder... Muss man da rein. Wollte ich nicht noch irgendwie ein Tankfahrzeug haben? Da. So, der Flughafen ist jetzt natürlich scheiße, dass ich den noch nicht eingenommen hab. So. Dann Medusa weg. Du kannst den angreifen. Ja, damit ist der Ranger auch fast weg. Gut. Gut. Dann greifen wir den noch an. Dann ist der auch weg. So, und dann hat er seine frisch gebackenen produzierten Ranger nämlich auch schon wieder weg. So, haben wir hier irgendwas drinstehen? Nein. Da dürfen wir auch nichts reintun. So, eine Demon-Einheit noch weg. Jawohl, jetzt kannst du da lang. schlägst du einmal hier rum. Zerstörst diese Beam-Einheit auch und dann können wir endlich den Flughafen einnehmen. So. So, jetzt haben wir den Flughafen eingenommen. Kann hier unten noch irgendwas produzieren. Die Copter. Die Einheiten stehen hier auch nur rum und machen nix, ne? schon was da. Ne, ne? So, dann hauen wir mal den Troll weg. füllen und... füllen und... Was ist denn das hier oben jetzt eigentlich, ne? damit ist der Algolder auch weg. Ach, da ist noch ein Depot. Ach, da ist noch ein Depot. So, das ist dann auch unser. Füllen. Und das ist dann auch unser. Wird hier bloß nicht noch irgendwo Einheiten auftauchen, ne? Und dann ist ja auch schon. Und der nächste. Gott, der ist auch weg. Und der ist auch weg. Jawohl. Hier oben haben wir doch noch welche, ne? Genau. Dann nehmen wir dich noch aus dem Weg, weil du stehst da mittendrin. So, kannst du da ein bisschen auffüllen, ne? Hier fehlt nur Munition. Eins, zwei, drei. Ja, bevor du gleich weg bist, munitionierst du lieber alles auf hier, ne? So, damit kannst du wenigstens. Letztens ein bisschen was machen. Ups. Ne, Moment. Das brauchen wir nicht. Das haben wir hier noch. Ja, komm. Kannst du auch noch mal dran. Genau. Das haben wir alles. Einer gegen einen. Ach, super. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Kommt der jetzt mal langsam runter hier, ne? Ja. Könnte, glaub ich, immer noch weiter, wenn der Panzer weiterfährt, ne? Ja. Ach, super. So. 1, 2, 3, 4. Ah. Mist. Mist. Komet kann nicht zurückschießen. Ich dachte, Komet könnte auch auf, äh... so, damit ist der da oben auch weg, dann sieht er da wenigstens nichts mehr. Sie brauchen ewig hier. Warum? Weil der LKW... Ach, der... Ach, der... Ach, der... Also, weil der LKW nicht vom Wegfleck wegkommt, ne? So. Du solltest noch die Orion hier wegschießen. Da muss ich mich echt beeilen, ne? So. So. Einheiten mittendrin können nämlich manchmal ganz schön nerven dann, ne? ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hauptsache... Ja genau, das Vader... Das wollte ich nämlich hier... Die wollte ich nämlich... Machen, so... Genau, so... Und dann sind wir nämlich schon mal hier drin... Und hier drüben gibt es noch eine Stadt, die gibt noch mal Energie... So, und weil dann kannst du nämlich auch hier rüberziehen... So, und von hier hinten schießen... Musst du das auch noch machen... Du musst dich auch noch... Verbessern, ne? Ne, du musst dich verbessern noch... Dann schießt du den letzten weg... Und dann bist du auch gut... Und dann... Zack... Dann brauchen wir das... Dann bist du das nämlich auch jetzt hier... Diese Runde fertig... So... Kannst du da rein... Kannst du noch irgendwas machen hier... Nö, ne? Eins... Zwei... Ich glaube, das passt dann, oder? Brauchen wir noch ein Flugzeug? Ne, ne? Muss du hier noch irgendwas machen... Ne... Ich glaube, den Rest... Machen wir dann gleich, ne? Hier oben auch noch... Der Panzer, der geht mal da rein... Den habe ich auch nicht mehr gemacht, ne? Weil bis die jetzt noch runterziehen... Ähm... Ist das Spiel vorbei, ne? Das ist klar... Bis die runterziehen... Ist das Spiel vorbei... Oder kann ich noch irgendwas... Tolles bauen hier drin, ne? Ne... Momentan nicht... Vielleicht bei... Gleich dann, ne? So... Und... Weiter geht's... Nächste Runde... Ja, Katze, hm? Das Boot haut ab... Okay... Über die mittlere Brücke geht noch was rüber... Ach, da ist noch ne... Da ist ne Skull... Die da vorne auf den Panzer schießen kann... Ach, die habe ich... Endlich! Die meteorische Sektion nach kurzer Wetterbelebung... Ruhigung zieht ein stark ausgeprägtes Hoch in das Voraussagegebiet... Die klare Luft bietet gute Weitsicht... Na, Gott sei Dank... Jetzt kann ich endlich wieder... Meine... Supergeilen Snakes hier... Bewegen... Aber ich kann die nur so rum bewegen... Weil da vorne ist Sumpfland... So... Und du... Ach, du hast zu wenig Material... Na gut... Shit... Na, die Stadt ist wenigstens weg... So... Wundervoll... Jetzt kannst du endlich hier alles aufdecken... So... Von da hinten brauchst du erstmal noch nicht so weit kommen... Wobei... Doch... Natürlich... Na klar... Kannst du nämlich gleich hier mit aufdecken... Was da noch ist... Okay... Da ist noch... Ja... Okay... Reiner bleibt über... So... Damit ist es weg... Damit ist es weg... So... Der ist auch weg... Die Medusa... Na... Da ist doch schon das Hauptquartier von den Partisanen... Okay... Einer fehlt noch... So... Zwei fehlen noch... Ne... Vielleicht kann ich es ja gleich einnehmen... Ach... Ne... Mist... Na ja... Dann kannst du wenigstens dahinter stehen bleiben... So... Den nehmen wir auch noch weg... Den Vader... Da ist noch eine Rakete... Da ist zwei Raketen... Alles klar... Dann können sie nämlich da bleiben... auch sogar... So... 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 Jetzt noch eine Rakete... So... 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 Ich kann es eh nicht angreifen, wenn du von drinnen kommst. So, da ist nämlich das. Ich gehe nämlich jetzt mal davon aus. Ah, doch nicht. Ich dachte, da wäre eine, äh, noch eine Kanone oder irgend sowas. Aber, nee, wohl nicht. Oh, da kann ich hier keine Hovercrafts machen, ne? Oh, da kann ich hier nicht mehr machen. Der Alkohol selber hat auch, halt auch gleich, weil keine, kein Treibstoff mehr. So, so viel dazu. So, so viel dazu. So, so viel dazu. So, so viel dazu. Ich glaube, wenn du jetzt hier ein Alkohol machst, dann würde das auch helfen, ne? So, so wie wenn du hier auch noch einen Alkohol produzierst, ne? Und wenn du hier, ach, wir haben ja noch zwölf. Ne, das lassen wir bei zwölf lassen wir es lieber. Und der nächste hier. So, immer schön gefüllen wieder. So, so viel dazu. 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 So, Munition kommt auch hinterher. Hier noch irgendwas bauen. So, ich finde hier was drin. So, jetzt kann ich endlich mein Alkohol hier rausholen. Jawohl. So, jetzt wo ich das andere produziert habe. So, dann machen wir mal dichter. So, du bist fast weg. Gut. Und du bist auch fast weg. Dann machen wir mal den Krometer nochmal ganz weg. So, da oben kannst du betankt werden. So, und du kannst sogar aufmunitioniert werden, genau. Haben wir hier jetzt was drin? Ne. Hatten wir hier jetzt was drin? Ich glaube schon, ne? Ja, da ist nichts mehr. Okay, gut. So, dann ist der auch weg. Gut. Können wir ja mit unseren Helikoptern vorangehen, ne? Einen, okay. Hier muss irgendwo eine Medusa sein. Wahrscheinlich ist dort irgendwas. Ach, da ist ein Skull. Gut. Ach, da ist noch sowas. 1, 2, 3, 4. Der kann auf jeden Fall da auf jede Menge Sachen schießen. Na, wenn die alle angeschossen werden, ist auch gut. Oh, der Ranger wurde auch angeschossen. Von allen Seiten kommen wir jetzt aufs Hauptquartier drauf, ne? Kannst du jetzt irgendwo hin? Oh, du kannst jetzt ein Feld gehen. Aber wenn du das machst, kommst du nicht mehr rein, ne? Das... So, also weg ist er. Die Ecke ist zu. Du kannst velkommen gut. So. So, also weg. Das ist hoher. Das. Du kannst schon weg. Und. Und. Du kannst du auch nicht mehr auf, wenn du das hier drauf achkernest. Also also weg. Du hast kaum noch Treibstoff, dann lass dich da oben dann befüllen, dann lass dich auch befüllen, du wackelst weiter, du wirst dich auch befüllen und du gehst da rein, du gehst ja, die habe ich ja jetzt erst gebaut, die Allgäu, so, befüllen und raus hier, genau, mal gucken, hier muss doch irgendwo noch was drin sein, befüllen und raus hier, so, was haben wir hier, befüllen und raus, so, und da sind diese scheiße Miene, wer, aber das ist nur noch das Hauptquartier, so, was haben wir hier noch, hier hat er noch das hier, noch das Pagoneon, ja, und die da drüben und das war's dann, ne, die Sachen noch und Moduswechsel, so, oh ja, das ist klar, oh, ja, der arme Hubschrauber, ja, und da ist noch einer, oh, der hat zwei Stück davon, und da drüben ist die Medusa, und noch eine Medusa, okay, okay, also für Flugzeuge ist das hier sehr unangenehm, muss ich sagen, ne, können Hubschrauber eigentlich auch Boote angreifen, wo haben wir sie denn, die Hubschrauber, die normalen Flieger, da sind die Hubschrauber jetzt, komm, da, Dragon, ja, können auch Boote angreifen, gut, wunderbar. So, damit ist zumindest das weg, so, und damit ist das Skull-Ding auch weg, so, und damit so, und damit ist das, was wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, so, dann räumen wir jetzt nochmal den Super-Virus weg, der ist ja auch kein Problem jetzt mehr, mit unseren Einheiten, jawohl, weg ist er, da kannst du die Flieger wegräumen, jetzt haben wir auf jeden Fall jede Menge Energie auch wieder, ne? Ja. 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 Das ist hier wenigstens voll. So, wunderbar. Der Techno-Track ist auch gleich weg. Super. Der ist weg. Und der Komet ist auch weg. Jawohl. Der Komet ist auch weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah ja, genau. Da sind zwei Stück. Wusste ich doch. Von beiden Seiten. Alles klar, ne? So, jetzt haben wir erstmal hier sein Hauptquartier eingenommen. Damit haben wir das erste Ziel erreicht. Da muss noch eine. Da muss auch noch eine. Da muss sogar noch zwei. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann geht's das gleiche. Und dann geht's das kre�. Da muss auch ein bisschen weg. Der Samurai, der steht dann nur blöd im Weg rum. Jetzt aber nicht mehr. Dann bleibst du so. So, und jetzt können wir die Stadt da unten einnehmen, oder? Jawohl, können wir machen. Damit haben wir das auch. Sieht aus wie eine schlechte. So, du hast nur einen. Dann kommt hier noch ein anderer zum... Ja. Noch ein anderer, du hast zwei. Genau. Ne, dann machen wir das so, dann kriegst du das so. Das ist der Alkohol. Hier ist er. So, wir brauchen mehr Alkohol. So, nein, wir brauchen mehr Sprit. Wir brauchen mehr pl Deus. Wir brauchen mehratiens. Kommt, die restlichen Sachen auch noch hier. Und weiter. Hier haben wir auch ein bisschen Sprit, genau. Könnt ihr euch gleich mal um die alle kümmern. Ich muss den Ort machen. Und... ... Ja, okay, da hinten ist noch was. Und der ist weg, jawohl, damit. Na, da ist nur so ein Hütchen, okay. Ist irgendwas drin? Ach ja, da ist ja was drin, stimmt, ja. So, was haben wir da noch hier? Was ist da? 1, 2, 3, ah ja, hier ist noch so ein Turm da, ne? Gut. Du fährst bis nach da. Die schacken wir schon. Und unser Raketenlager kommt auch mit. Du fährst bis nach da. Ja, die kosten nicht viel. Machen wir nochmal 2. 15 Stück. Und ich bin drauf und dran hier zu gewinnen. Ich muss nur noch sehen, dass ich die ganzen Einheiten runter bekomme. So. Denn die ganze Transportlogistik, beziehungsweise die ganze, ähm, ja gut, die lassen wir glaube ich mal stehen. die hier nicht. Die ganze, äh, ja, auffüllen und alles. Ist nämlich schon ein gewisser Punkt erreicht, wo das nervt, ne? So. So. Der Panzer. So. Und jetzt kann der nämlich auch. Nicht mehr. Jetzt auch weiter. Jetzt auch weiter. So. Kann man hier irgendwas noch irgendwo drin? Irgendwas reparieren? Ich glaube nicht, ne? So. Ne. Hier war nur noch drin. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir diese letzte Festung knacken. Die hoffentlich dann auch nicht mehr so schwer ist. Also. Den Grünen haben wir zumindest schon mal rausgenommen. Also das Hauptquartier. Okay. Da kommen Einheiten, die gehen über die Brücke rüber. Oh. Er zieht sein Flugzeug weg. Und mein Hubschrauber muss gleich dran glauben. Hm. Wahrscheinlich mit dem... Ach ne. Die Imperatoren. Die können ja gar nicht mehr gegen Flugzeuge. Gut. Jep. Die können ja gar nicht mehr gegen Flugzeuge. So. Das heißt, wenn du hier reingehst, kannst du den Medusa jetzt wegmachen. So. Und wenn du reingehst... ... ... ... ... ... ... Ach ne. Der kann doch gegen Flugzeuge. Och. Och. Na gut. Aber er wurde... Er hat sich tapfer geopfert. Fürs Team. Er hat sich tapfer fürs Team geopfert. So. Er hat sich tapfer fürs Team geopfert. So. Und jetzt gucken wir mal nach den restlichen Sachen. euch fehlt Munition. So. Dann kannst du... Dem kann abhülfen geschaffen werden. So. Du bist ganz hinten. So. Mach mal den Troll weg. So. Du kannst da stehen bleiben. Mach mal diese dumme Manneken da weg. Ach super. Fehlen noch zwei. Ach. Ich hab doch hier... Ach ne. Es geht ja nicht. Oh. Okay. Du hast nur eine. Du hast zwei. Und wenn der weg ist, kannst du trotzdem weit genug fahren. So. Jetzt bist du auch top. So. Jetzt bist du auch top. So. Wir schießen weiter da auf die Flieger, damit die weg kommen. Damit er sie weg zieht. Jawoll. Der Imperator SP ist fast weg. Also, drei, vier, fünf. Das heißt, alles in diesem Bereich gekriegt wird. Wir hauen den ganz weg. Damit ist der fort. Hier fehlt der Sprit. Hier auf, hier auf. So, ein Medusa weg. Und? Wenn ich da jetzt reingehe, habe ich gewonnen, ne? Alles klar, oder? Alles klar. Dann war es doch ganz schnell. Dann schätze ich diese Missionsfolge gleich nochmal hinter die letzte hinterher. Oder ich schneide die andere zwischendrin mal. Wir werden es sehen. Also. Gratuliere, Stratege. Sie haben Ihre Mission erfolgreich beendet. Jawohl. Geschafft. 114 Heereinheiten habe ich. Fünf Luftwaffe, vier Marine. Mann, das war aber auch eine Panzerschlacht. Ja. Wir werden sehen, wie es jetzt hier gleich weitergeht. Bis denn, sagt der Captain. Das war's. Und. Oh ja. Oh ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020